Am 30. September findet im Remscherler Bräu wieder das Oktoberfest statt und darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe die Maike unter anderem bei mir. Maike, was findet alles statt an dem Abend? Also wir bauen das diesmal ein bisschen anders auf als beim letzten Mal. Das heißt, wir haben auch einen Sitzbereich für die Leute, die gerne beim Essen sitzen möchten. Wir haben einen DJ wieder da, eine große Tanzfläche, natürlich unsere Theke mit vollen Tanks. Also das ist schon mal geklärt. Wie teuer sind die Karten? Die Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse dann 14 Euro. Vorverkauf heißt, wo bekomme ich die Karten? Die gibt es bei uns hier und in der Erlebbar in der Hindenburgstraße. Und letztes Jahr, du sagst, es ist ja ein bisschen anders dieses Jahr, wenn man es vergleicht. Letztes Jahr war ja viel offener Platz und es war eher eine Stehparty. Dieses Jahr wollt ihr eher so eine Oktoberfest-Stimmung schaffen? Wir wollen versuchen, ein gutes Mittelmaß zu finden. Also wir wollen sowohl einen großen Partybereich haben, wo die Leute tanzen können, wollen aber natürlich auch für die Leute, die halt gerne ein bisschen ruhiger ihr Oktoberfest verbringen möchten, wollen wir gerne ein bisschen einen Sitzplatz schaffen. Dann danke ich dir dafür und ich gehe mal rüber, denn der DJ des Abends ist mal wieder unser lieber Marcel Filodder. Marcel, was legst du an dem Abend auf? Ja, hallo erstmal. Ja, ich werde an dem Abend ganz viel Oktoberfest-Musik spielen. Unter anderem die Draufgänger, Hula Palou von Andreas Gavallier oder auch die jungen Zillertaler. Und wer auch natürlich mittanzen möchte, ein bisschen Disco-Fox, Mallorca-Musik und die Kölsch-Töne dürfen auch nicht fehlen. Und? Spielst du deine eigenen Songs? Ja, wenn das erwartet wird und das Publikum das so möchte, werde ich natürlich auch meine eigenen Songs spielen und natürlich auch mit den Leuten ein bisschen schunkeln wollen. Marcel, dann danke ich dir also am 30. September Oktoberfest hier im Remschadabreu.